Veko Feuerwirbel. Zehn Stück sind hier drin, aber wir werden jetzt heute fünf davon zünden. Schlecht sind die geworden. Der war schon... Ein bisschen besser als der aneben. Der war auch ganz okay. Der war wieder schlecht. Und zum Schluss der noch einen... Alles klar. Die sind gar nicht mehr so gut wie die mal waren. Der war auch ganz okay. 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 Der war auch ganz okay.